Ooooooooh Preiswerte FIFA-Coins findet ihr bei IG4ALL Checkt dazu einfach mal die Infobox ab IG4ALL Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Juni hier und herzlich willkommen zu Kevin allein in Bronx City. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es mal eine kleine Special-Folge. Erstens, es ist mitten in der Nacht. Und zweitens gibt es heute keine leicht, mittlere und schwere Challenge, wie es sonst bei Kevin gewohnt sei. Die Serie kam uns wirklich extrem selten. Heute werden wir einfach mal zwei Spiele für Champions machen. Natürlich mit Kevin, aber ich zeige euch jetzt erstmal die Mannschaft. In 3, 2, 1. Gehört euch mal diese Mannschaft, Leute. Komplette Bronze-Mannschaft. Damit werden wir jetzt mal für Champions spielen. Ich habe bisher noch nie in einer Bronze-Mannschaft für Champions gespielt. Nur die Qualifikation. Und jetzt werden wir unsere ersten beiden Spiele machen. Heute wird es einfach keine leichte, mittlere und schwere Challenge geben, wie ihr es sonst gewohnt seid bei Kevin. Weil sonst war es ja so, zum Beispiel die leichte Challenge bringt ein Pack, die mittlere Challenge 2, die schwere 3. Aber heute wird es so sein, dass allein die Tordifferenz entscheiden wird, wie viele Packs wir bekommen oder wie viele Packs wir verlieren. Und wenn wir zum Beispiel das erste Spiel, sag ich mal, 3-0 gewinnen, das denke ich unwahrscheinlich ist der Wert, haben wir drei Packs. Wenn wir das zweite Spiel dann wieder 2-0 verlieren, haben wir am Ende nur noch ein Pack. Ich schneide das hier noch kurz rein, Freunde. Und zwar zählen die Tore von Kevin doppelt. Das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, weil Kevin ist ja der Starspieler. Und wenn der ein Tor zählt, zählt das einfach doppelt. Also wenn wir zum Beispiel 4-1 gewinnen sollten, ist es ein 5-1, wenn Kevin ein Tor erschossen hat. Und ich werde euch jetzt die ersten beiden Spiele zeigen. Und ich bin mal gespannt, wie das hier abgehen wird, Leute. Alter, Junge, Junge. Das ist mal eine coole, sag ich mal, Special-Folge. Weil mit einer Bronze-Mannschaft Foot-Champions zu zocken, ist glaube ich nicht so einfach. Weil die Gegner müssen eigentlich schon ein bisschen was drauf haben, um sich hier zu qualifizieren. Alles klar, Leute. Wir starten rein. Los geht's. Bitte, bitte, bitte. Der hat ein schlechtes Team. Boah. Ja, ist okay. Der hat auf jeden Fall die eine Challenge gemacht, wo man Marquinhos bekommen konnte. Ist okay. Das Team ist machbar, Leute. Dann würde ich sagen, Kevin in Bronx City. Let's go. Komme, Wilson, zieh durch. Ey, bis das Spiel. Das ist ja schon lange. Abseits, Wilson. Ronaldinho, Wilson. 1-0. Abseits. Scheiße. Jawohl, jawohl. Kevin. Finesse, Junge. Finesse. Nein. Boah, der Torwart. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, sehr stark dazwischen, Junge. Die kämpfen, Junge. Oh, Junge. 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 Schieß ihn rein. Da ist das 1-0, Leute. Das gibt's nicht. Nein. 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 Torwart. Boah, der Torwart, der spielt um sein Leben. Oh nein. Die Berberspinnen sehr stark. Wildzorn. Boah, Junge. Diese Bronze-Spieler, Alter. Die lassen sich spielen wie Götter. Nein. Spaß, Mann. Das ist so schwer mit denen. Oh, Wildzorn. Wildzorn. 2-0, Alter. Das ist doch nicht wahr. Die Bräune sehr stark mit dem Berberspinnen. Zack. Finesse. Oh. Der ist noch heiß. Der ist noch heiß, Latte. Oh. Mein Gott, wie stark. Und der Kevin macht ihn nicht. Nein. Oh nein. Scheiße, Mann. Und der Bräune, du musst es richten. Oh, so ein Kantier. Aber der Bräune, der drückt einfach ein Kantier weg. Der drückt einfach ein Kantier weg. Und macht das 3-1. Wildzorn. Ey. Das ist nicht wahr. Oh mein Gott. Hedrick Wildzorn, Alter. Der nächste Football-Champions. Nur mit Bronze-Mannschaft. Nein. Scheiße, Mann. Komm, wieder Wildzorn. Auf Kevin. Kevin. Oh, Mann. Sieg, Leute. Wir gewinnen unser erstes Spiel mit 4-2. Das ist einfach so krass. Die haben sich eigentlich ganz gut spielen lassen, Leute. Ich bin gespannt, wie der zweite Gegner sein wird, Alter. Weil der Gegner gerade, der konnte irgendwie nix. Wie hat der sich für Champions qualifiziert? Auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Unser zweiter und somit letzter Gegner ist am Start. Ey. Wir haben in der Bronze-Mannschaftsspielzeit kommen hier keine Tots und Totis. Und so. Da kommen normale Standard-BPL-Teams. Ich würde sagen, Leute. Wir wagen uns am Versuch Nummer 2. Los geht's. Oh, Junge. Sehr stark. Geh mal oben. Oh, Junge. Mein Gott, Alter. Ist das stark gemacht. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Da ist der schnell. Der ist schnell. Der ist schnell. Oh, Fehler vom Gegner. Der wird ausgenutzt. Der wird ausgenutzt. Und da ist das 2-0. Oh, der Bräune, Junge. Der geht da durch. Legt den Ball nochmal quer. Da ist er in der Mitte. Elfmeter. Oh, der Bräune, Alter. Mach ihn rein. Kevin, der Bräune. Und da ist das 3-0. Der Bräune, Alter. Was ist los mit dem, Mann? Was ist los mit dem? Der ist ja wirklich anders. Oh, schade. Oh, der Torwart, ey. Oh, Junge, Junge. Was? Eine Ballkontrolle. 4-0. Der Bräune, Mann. Scheiße, fuck. Nein, die sind so schnell auf einmal geworden. Fuck. Der Bräune. Boah, Junge. Das ist doch einfach Weltklasse. 5-2. Ah, scheiße, 5-3. Sieg, Freunde, wir gewinnen das zweite Spiel hier mit 5-3. Einfach mit einem Bronzenteam haben wir uns hier bei FUT Champions gesehen. Das hätte ich niemals gedacht. Kevin De Bruyne hat zwei Tore erzielt. Also heißt das eigentlich, wir haben insgesamt 7-3 gewonnen, Leute. Und das ist eine Torefferenz von 4. Also haben wir in diesem Spiel allein schon 4 Packs bekommen. Und im ersten Spiel war es ja ein 4-2. Kevin hat da aber auch ein Tor geschossen, aber ein 5-2, eine Differenz von 3. Also haben wir insgesamt in dieser Folge 7 Packs erspielt, Alter. 7 Packs. Und damit werden wir dann ein dickes Special-Pack oder mehrere 7,5 K-Packs bei Peter. Komm mal runter öffnen. Und ich zeige euch jetzt einfach hier, das waren wirklich meine ersten Spiele. Ihr könnt es sehen, wir haben Bronze 2 erreicht, Alter. Und ja, vielleicht wäre das mal eine Überlegung wert, einmal in der Weekend League wirklich nur mit einer Bronzemannschaft zu zocken. Und gerade dann, wenn es um eh nichts mehr geht, also in ein paar Wochen oder so. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von der Idee so hält. Und ja, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diese geile Folge, Alter. Das hat übertrieben Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt das auch gemerkt. Ich will mich wieder selber 25.000 Likes freuen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder in alter Frische da bin. Ich bin ja gerade, glaube ich, heute aus L.A. oder komm morgen aus L.A. Ich habe das Video ja vorproduziert. Und ja, Freunde, check Instagram, Snapchat aus, meinen zwei Kanälen für YamingTV. Macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.